Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ja, es geht in erster Linie hier um den rechten Menschen, den rechten und richtigen und aufrichtigen und aktiven und ehrlichen Menschen. Es ist in meinen Augen ein Held. Das ist der Bojan Slat. Der ist nämlich der Erfinder und Gründer von The Ocean Cleanup. Ja, und das hat mir die Diana, also das Bild hat mir die Diana geschickt und hat gesagt, ja mach da mal was drüber. Genau, das habe ich dann auch dann umgesetzt. Und der Gegenspieler oder die Gegenspielerin, weiß man ja nicht, ist ja immer noch Kreta, war zumindest mal ein Bub. Ja, das ist also ein richtiger Held und das ist eine falsche Heldin. Ja, und wer es denn dann schauen hören möchte, sehr gerne bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Wittmus TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.